Musik Servus Leute, hier ist Freak is back Und ich sag euch heute wieder mal ganz gechillt, begrüßen wir zu einer erneuten Folge KS macht's möglich Ja, wir kommen gleich zum Live-Kommentary Am Montag kommt dann wieder Real Talk, also da könnt ihr euch wieder richtig drauf freuen, meine Freunde Ja, ich wollte nur ganz kurz eine Ansage machen, es wäre so gechillt Wenn ihr wirklich ganz kurz auf meine Facebook-Seite geht und diese liked Weil dann kann ich wirklich noch, noch viel mehr Leute, beziehungsweise Zuschauer erreichen Es wäre so gechillt von euch, wirklich seid nicht so und denkt nicht so Warum sollt ihr euch das liken? In der Zeit hättet ihr schon lange den Like geben können Auf jeden Fall, ganz oben ist die Facebook-Seite verlinkt Es wäre so gechillt, meine Freunde Also, ich werde mich lieb, bitte machen, dass ihr... Ihr wisst schon, was ich meine Und, ja, viel Spaß mit dem Live-Kommentary Ähm, schreibt mir eure Daten für die Abo-Nuklea auf jeden Fall noch per Facebook Ja, und seid immer ganz gechillt, ich bin raus Servus Nicht an, anscheinend So, meine Freunde Ja, heute wieder mal ganz gechillt Warte mal, ich muss mal einen Einleiterspruch machen Servus, Leute, ich hab's 3G is back Und ich darf heute wieder mal ganz gechillt begrüßen Hier zu einer erneuten Folge KS macht's möglich Ja, ich hoffe es zumindest 5, 4, 3, 2, 1 Let's go, Alter Heute, ja, schwitze ich mal wieder mit der AN, wenn's möglich ist, ja Schauen wir mal, was hier so geht Also, die vorige Runde ist schon mal gut gelaufen mit der Elder Aber ich hab halt keine Nuklear gepackt Oha Äh, was, was ganz Lol, wo ist der? Lol, der liegt hier in der Leiche drin Was ganz, ganz Wow, jetzt geht's los, Alter Was ist mit den Digger, wie die Wo ist der? Hä? Ist der weg, oder was? Ich rotier mal nach hinten Lol Lol, die Granate, Alter Habt ihr das gesehen? Die wollte mit mir mitlaufen Naja, was ganz lustig war Ich bin vorhin in die Lobby gekommen Und dann sagt er Da sagt so ein Deutscher zu mir Dass es seine Lobby ist Das find ich immer ganz lustig Weil Für was sollte es seine Lobby sein Wenn er eh keine Gameplay ist Also für YouTube oder sowas spielt Ich verstehe sowas gar nicht mehr So auf KD spielen ist eigentlich eh ganz im Interesse oben Eh voll für den Arsch eigentlich Das ist halt Ich glaub, das hat gar nicht mit Arroganz oder so zu tun Wenn ich sag, dass er rausgehen soll Naja, egal, Leute Was macht's? Wir holen mal aus den Headglitch Oh, 100 Aprizia am Start jetzt So Oh Gott, die kommen von alle Seiten Oh Jetzt geht's los, Alter Weg hier Nice, 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 nice So Jetzt holen wir uns mal die ganzen Kanaken hier aus dem Spawn raus Oh Oh mein Gott Lol Lol, der läuft weg Okay, er kommt Lol Okay Die sind beide weg Scheinbar hat er geglaubt, ich bin runter Dummkopf So Da ist noch einer Schön Ausgespielt Hab ich die ganzen Leute hier Oh mein Gott, Alter Wie viel schluck ich denn bitte? Was ist wieder mit meiner Leitung los? So, komm Challenge Challenge Mein Sohn Nice Ey, ich schluck irgendwie so viel Oh mein Gott Was hab ich gemacht, Alter Er gibt mir Turn-On des Todes Oh Gott Bitte, Leute Ich hoffe, ihr habt das nicht gesehen Bitte habt ihr das nicht gerade gesehen Oh Gott Was mach ich denn? Wie ein richtiger No-Hand Oh Gott Ich hoffe, ihr habt das nicht gesehen Egal, komm Let's go Ich werde es rausschneiden Wenn ich es hochlade Ich kann es nicht rausschneiden, Alter Naja, egal Oh, schönes Ding So Kommt der Drohne noch raus Drohne raus Wo seid ihr jetzt, meine Freunde? Holen wir uns noch Der eine müsste oben sein Wir rotieren jetzt mal über die rechte Seite Mal sehen, was hier so ist Hinter mir Ja, ist Tod Na, wo seid ihr, meine Freunde? Spawnt keiner So, wo sind die jetzt? Ich schätze mal, die spawnen Ja Ich bin Ich bin ein Denker, ja Lol, Alter Was ist mit mir los? Ich denke, ich denke extrem Ich denke extrem viel beim Spielen, ja Deswegen weiß ich auch Aber das machen sehr, sehr viele Leute Egal, Liolo Ich bin gerade behindert Ich weiß gar nicht, was ich laber Oh Oh What the fuck Feed Oh Nice Okay, er ist free Jetzt geht's los, meine Freunde Jetzt geht's los Alter, was ist hier los? Oh Wo, 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 wo Lol, wie viel schluck ich Komm, da kommt noch einer Nice 100er Prezi So Mein Teammate ist tot Den nehme ich noch mit So, die spawnen jetzt hier alle Zigeuner spawnen Ah, den kriege ich nicht mehr weg hier Okay, der ist oben Lol, was macht der Spasti Egal Okay, 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 okay Komm So, diesmal choke ich nicht Hier, diesmal kein Turn an des Todes Oh Gott Ich hab gedacht, der snipe mich, ne Kurz davor So, Leute Ich bin jetzt wieder auf Nuclear Streak Hier, brutal auch schon mit dabei So Oh, Feet Chaos Freak Oh Gott, was ist hier los, Alter Lol, zu, die Nuclear Wie schnell war die, bitte Leute Leute, wie schnell war die Nuclear Schreibt's mir einfach in die Kommentare Ich hab jetzt gar keinen Plan, Alter Oh mein Gott, war die schnell Und ich hab schon wieder gar keine Stimme mehr Ich hier so wie ein Gruppel rumschreie, Alter Das gibt's gar nicht So, zwei Sekunden noch Okay, nice 47, 2, erste Halbzeit Eigentlich wirklich ganz, ganz gechillt Ja Boah Ah, mir geht's irgendwie gerade gar nicht gut, Alter Durch das Schrein hab ich mir gerade richtig schwarz vor der Augen geworden Ich muss jetzt immer ganz gechillt hier bleiben noch So, für die zweite Runde Schau mal, was hier so geht Ich versuch mal Auf Gang Zu den Streaks A1 Zu gehen Und ja Schau mal, was wir hier so reißen Immer so ein kleiner Tipp Falls ihr neu in Black Ops 2 seid Immer über diese Seite laufen Dann läuft's eigentlich Aber ja Wir gucken sowieso nur Deutsche Tryhards zu Von dem her Scheiß Drauf Drauf geschissen Ah, der ist runtergesprungen Den nehmen wir sich noch mit Was ist mit ihm Krieg mal nicht Nice Taktikeinstieg Oh Ich weiß, Leute Ich weiß nicht Was mit meiner Leitung los Ich schlucke Wie eine französische Nutte, Alter Noch schlimmer Ich sauge wirklich schon die Kugeln auf Das ist so geil Was macht der da hinten Lol Oh Gott Nachleideback Was ist mit mir los Was macht denn der Typ Da hinten eigentlich Naja, tschüss Vom Orbi Na, egal Egal Komm Den schönen Schöner 100er Brezi Ins Gesicht gedrückt Oh Gott Egal Wir gehen auf Double Weil ich wieder zu behindert bin Hier irgendwas zu reißen So Die wollen C einnehmen Glaube ich eh haben Oh Gott Er hat Shotgun Er hat Shotgun Leute habt ihr das gesehen Er ist verzweifelt jetzt Haha Der war so klar Du Bastard Das war so klar Dass er Na, na Ich sag gar nichts mehr Komm, komm Wir machen das jetzt noch Wir rasieren hier jetzt Oh Oh Chaos Freak Let's go, Alter Leute, die sind ja alle hinten, Alter Was ist mit euch los? Okay, der hat ein AG, ja Lol Was? Lol Jetzt geht's ja los Ja, hock mit der Shotgun hinten im Spawn Jupp Na, wo seid ihr? Ich glaub, die kommen über links Jupp So Ja, AGR AGR macht Arbeit Na, wo seid ihr? Hinten Oh Gott, ich dachte schon wieder, dass der eine mit der Shotgun Oh, Sniper Da ist der Shotgun-Typ Den haben wir jetzt schön geholt eigentlich So Oh Gott Eins kommen alle Wuh Nice Nice, 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 nice weg hier Na, komm Oh mein Gott, da hab ich geschluckt Leute Leute Leute, was ist hier los? Leute Leute, was ist hier los? Wuh Alter, was ist schlucken, ne? Ist ja nicht mehr normal Okay Okay, okay, okay Das verstehe ich jetzt Hätte ich aus der Entfernung auch noch die ganzen Pugel geschluckt Alter, dann Dann, glaub ich, wär Dann ist hier Wär irgendwas falsch gewesen, Alter Dann hätte ich, glaub ich, meinen Router neu gestartet Meines ist fast schon unfair Obwohl Obwohl, YOLO, Alter Typ wieder Was macht er hier unten? Chillzeit Lol, er holt mich fast Wow, hunderter Brezi Oh mein Gott Gears Freak Jetzt geht's los, meine Freunde Jetzt geht's los, Alter Ich rasiere hier die Welt jetzt Komm, was wolle, Alter So Dröhnchen noch raus Ja, ich werde hier Jetzt zwar Nichts mehr reißen, aber Egal, Alter Hunderter Brezi Lass ich noch stehen So Da hinten liegt noch einer Ne, ist tot Ja Spasti des Jahrtausends Hier im Boot hinten Keine Ahnung, was er macht Das Spiel ist auf jeden Fall Hier jetzt schon vorbei Meine Freunde Ja 86 zu 6 Eigentlich ganz, ganz gechillte Runde Wenn euch das Live-Kommentary gefallen hat Und ihr wollt irgendwann mal noch eine Folge Keiß, macht's möglich Oder Abo nuklear Dann schickt mir auf jeden Fall eure Daten Über Facebook Und liked meine Facebook-Seite Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen Ich bin auf jeden Fall raus Seid immer ganz gechillt Seid